Hallo Leute, ich bin Johann, ich bin Paula Kirchner, mein Name ist Alexander Faust, ich bin Lian Franzoschke und bin stolzer Schüler der Musikschule Concentros hier in Neubrandenburg. Vielen Dank für den humorvollen, aber voll effektiven Unterricht bei euch. Hier zu spielen macht sehr viel Spaß, aber in einer Band zu spielen, so wie ich es tue, macht sogar noch viel Spaß. Und ich möchte euch noch eine Sache sagen, es ist geil in einer Band zu sein, es ist geil in einer Band zu sein. Komm doch zur Musikschule, durch den ich in diesem Jahr einen enormen musikalischen Fortschritt erzielen konnte. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal in der Musikschule sehen. Tschüss! Musik